Musik Hallo liebe Meppnerinnen, liebe Meppner Ich melde mich, weil ich Teil dieser tollen Sache hier sein darf und ich etwas anmoderieren darf, selbst anmoderieren darf sonst moderiere ich ja im Kontext der schönsten Stadt im Emsland, die Meppner ist ja sonst immer Comedians an bei der Kleinstadt-Comedy die ja Anfang März noch stattfinden konnte und es war ein fantastischer Abend und heute darf ich etwas anmoderieren, was ich zu der aktuellen Lage geschrieben habe einen Song, der heißt Alle sind noch da und der befasst sich damit, warum es sich lohnt jetzt ein bisschen Freiheit einzustecken, Freiheit zurückzuschrauben um dafür zu sorgen, dass später alle noch da sind hört es euch selbst an, kommt genau jetzt viel Spaß Das hier ist irgendwann einmal wieder vorbei irgendwann bald kommt eine bessere Zeit und dann gehe ich raus und ich sehe, es sind alle noch da und ich denke, okay, hat sich gelohnt, dass ich ein bisschen zu lang nur zu Hause war dann treffe ich an der Ecke die uralte Dame aus dem Nachbarhaus ich hab noch vor ein paar Wochen, vorher kannte ich sie nicht, für sie das Nötigste eingekauft auf dem Spielplatz spielen Kinder ein Vater schaut zu von der Bank ich kenn ihn ein bisschen, der sagte mir mal seit einem Unfall sei er chronisch lungenkrank ein alter Mann fegt die Straße und straft mich mit mürrischen Blicken ab ich grüß nett und ich weiß, dass er seinem Bruder mal eine Niere gespendet hat und dann sehe ich, wie die Frau mit dem Immundeffekt die sonst nie vor die Türe geht draußen ein paar Schritte macht, obwohl sie lange dachte dass sie den Scheiß nicht übersteht und jetzt warte ich am Gleis und neben mir raucht ein Mann er zündet sich hektisch im gelben Quadrat seine dritte in Folge an er brüllt in sein Handy Schatz, ich hab keine Zeit ich ruf später zurück, wart nur ab ich frag mich, ob er weiß wie viel Zeit man ihm geschenkt hat und alle sind noch da weil alle zur richtigen Zeit mal so richtig zu Hause waren und alle tun so als wär nichts passiert halb so wild, egal Hauptsache alle sind noch da und jetzt bleiben wir alle zu Hause weil dann sind später alle noch da ich binicher